Willkommen bei Metabolismo TV, Ihrer richtigen Quelle für Stoffwechsel und Gesundheit, sensorischer Stress. Ich bin Frank Suarez, Spezialist für Fettleibigkeit und Stoffwechsel, möchte Sie in der Serie über sechs Stressarten, genannt Mesitis, weiterführen. Mesitis ist ein Wort, das geschaffen wurde, um uns an die sechs Arten von Stress zu erinnern. In der vorherigen Folge, in den vorherigen Folgen sprachen wir zunächst über das M, der Mesitis, das ist der metabolische Stress, wie Diabetes, wie Hypoglykämie und so weiter. Dann sprachen wir über emotionalen Stress, schlechte Beziehungen, toxische Verhältnisse, all das fördert Übergewicht, weil es Stoffwechsel und Nervensystem beeinträchtigt. Das Nervensystem kontrolliert die Drüsen, es kontrolliert die Organe, es kontrolliert die Hormone. Tatsächlich wird alles ohne Ausnahme über das Nervensystem gesteuert. Also sprachen wir ausführlich darüber. Jetzt, heute, werden wir über einen ganz neuen Stress sprechen. Der neue Stress, den wir heute diskutieren, ist der S-Stress. Das ist der sensorische Stress. Ich beziehe mich spezifisch auf den Stress, der direkt über die Sinne eintritt und uns beeinflusst. Was sind die Sinne, der Geruch, der Anblick, das Gehör, das Gefühl, die Wärme, die Kälte und eben jene Art von Stress, die wir spüren. Was ist los? Stress kann das Nervensystem beeinträchtigen oder sogar schädigen, beeinflusst dann auch das Stoffwechselsystem, Hormone und mehr. Zum Beispiel ist einer von Ihnen der Klang oder Lärm übermäßiger Lärm. Wenn Sie in einer Umgebung leben, in der es übermäßig laut ist, werden Sie sich nicht gut konzentrieren können. Sie werden keine gute Schlafqualität haben. Sie werden zum Beispiel nicht in der Lage sein. Es gibt Leute, die ich bei NaturalSlim gesehen habe, denen es schwer fiel, Gewicht zu verlieren. Aber sie sagen mir, dass, Don Frank, ich neben einer Familie lebe, die drei Jungs hat, die junge Jungs sind, die eine Rockband haben und ihnen immer einfällt, ihren Rock um 10, um 11 Uhr abends zu üben. Und schau mich an, es fällt mir sehr schwer, ich bin wirklich dick, ich kann nicht abnehmen. Und du kannst nicht abnehmen, weil der Lärm, der dich nicht schlafen lässt, dein Nervensystem stört. Wenn du deinen Blutzucker mit einem Glucometer misst, das ist ein Glucometer, richtig? Auch ohne Diabetes kannst du mit einem Glucometer deinen Blutzucker messen und feststellen, dass er bei Zunahme steigt. Es ist unmöglich zuzunehmen, ohne zuerst hohen Blutzuckerspiegel zu haben. Um zunehmen zu können, benötigt man viel Glucose. Diese Menge produziert viel Insulin im Pankreas und Insulin sowie Glucose erzeugen Fett, das dann Kleidung eng macht. Also grundsätzlich ist einer der sensorischen Stressfaktoren, der übermäßige Lärm oder übermäßiger Klang, das kann zu Stress werden. Jetzt gibt es einen anderen Stress, der häufiger als dieser ist, der auch sensorisch ist, das ist chronischer Schmerz. Diese Personen, und ich kenne viele von Ihnen, finden es sehr schwer abzunehmen, sehr schwer einzuschlafen, sehr schwer ihre Gesundheit wiederzuerlangen. Und das liegt daran, dass sie zum Beispiel Rückenprobleme haben. Eine Person, die Rückenprobleme hat, die herausstehende Wirbel hat, die einen eingeklemmten Nerv hat, die ständige Rückenschmerzen hat, solange es einen chronischen, 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 chronischen Schmerz gibt. Das Wort chronisch stammt aus dem griechischen chronos, bedeutet Zeit. Wenn Sie sagen, etwas ist chronisch, ist es ständig da. Folgen Sie? Grundsätzlich sehen Sie, es gibt ein Zeitmesseinstrument, Stoppuhr genannt, ein Zeitmesser. Also wenn Sie sagen, dass etwas chronisch ist, ist es, weil es ständig da ist. Es gibt Leute mit Rückenschmerzen im unteren Bereich oder viele mit erregtem Nervensystem, haben oben viel Schmerz, diesen Schmerz oben, den Sie immer haben, als ob er festklebt. Hier in Puerto Rico nennen Sie es wie einen kletternden Affen, nicht wahr? Ich weiß nicht, wo der Affe herkam, aber mehr oder weniger. Ah, die Affen wiegen, nicht wahr, Jorge? Ja, die Affen wiegen. Wenn es ein großer Affe ist, soll es kein Orang-Utan sein. Nun, gut, aber auf jeden Fall, gut, chronische Schmerzen in irgendeinem Teil des Körpers, zum Beispiel eine Person, die Arthritis hat und chronische Schmerzen hat, wird nicht so leicht abnehmen können. Weil? Denn der Überschuss an Schmerz, die nervöse Schmerzstimulation, ein sensorischer Stress, stimuliert das Nervensystem. Das Nervensystem regt die Nebennierendrüsen an, die über den Nieren liegen, macht Kortison, das Fett erzeugt. Also, im Grunde genommen, betrifft chronischer Schmerz auch Damen, die noch menstruieren und die eine besonders schmerzhafte Menstruation erleben. Ich möchte, dass Sie wissen, dass wenn Sie eine sehr, sehr schmerzhafte Menstruation haben, es daran liegt, dass Ihr Körper voller Pilze ist. Warum weiß ich das? Um Menschen beim Abnehmen zu unterstützen, reinigen wir bei Naturalim Pilze, ein Prozess, der den Körper entgiftet. Wenn es gereinigt wird, heißt es Candy Septic Kit, ein Pilzreinigungsset mit drei Dingen und Anweisungen. Wenn eine Frau den Pilz reinigt, verschwinden ihre Menstruationsschmerzen automatisch. Das bedeutet, sie erlebt ihre Periode schmerzfrei, ohne Schmerzmittel wie Motrin oder Aspirin zu benötigen. Weil wir im Grunde schon gesehen haben, dass es sehr mit der Pilzinfektion zusammenhängt, aber um beim Schmerz zu bleiben, verursacht chronischer Schmerz eine so schwere Stimulation, dass er den Körper dazu zwingt, Cortison zu produzieren. Eine andere Sache, die ein sensorischer Stress ist, ist der Überschuss, spezifisch ein Überschuss an Hitze oder Kälte, welcher tatsächlich ein sensorischer Stress ist. Es gibt Menschen, die bemerken, dass sie leicht abnehmen, wenn sie an einen Ort ziehen, an dem sie nicht so viel Hitze empfinden, aber in einem sehr heißen Ort leben oder die Klimaanlage im Büro kaputt gegangen ist und sie beginnen zuzunehmen, weil alles, was den Körper stresst, einen Stressimpuls sendet, der durch das Nervensystem geht und der Körper reagiert, indem er Cortison produziert. Das ist das Stresshormon, das dick macht. Also, das ist tatsächlich der sensorische Stress, welcher die dritte Art von Stress in unserer Liste darstellt. Wenn Sie den Stoffwechsel kontrollieren, die Gesundheit verbessern wollen, müssen Sie lernen, den sensorischen Stress zu kontrollieren und das sage ich, weil die Wahrheit siegt.